Können Sie uns kurz erklären, was der BIM-Connector überhaupt ist? Und der große Vorteil dabei ist eben, Sie sparen deutlich an Zeit. Und ich kann die Datei vom Architekt direkt verwenden. Das Modell kann dann zum Beispiel an ARCHICAD übergeben werden. Wissensaustausch Bauplanung. Heute mit dem Thema Freelo BIM-Connector. Part 1 mit dem Podcast, Part 2 mit einem Video. Und los geht's! Herzlich willkommen bei Wissensaustausch Bauplanung. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit einem Teil der Tragwerksplanung. Ist es möglich, eine IFC-Datei des Architekten direkt mit unseren Rechenprogrammen zu verknüpfen? Oder müssen die Modelle im Vorfeld zu diesem Zweck aufwendig neu modelliert werden? Genau mit diesem Thema beschäftigt sich unser heutiger Gast der Freelo Software GmbH aus Stuttgart. Herzlich willkommen, Frau Tamara Schäfer. Hallo. Frau Schäfer, Sie sind bei Freelo für die Programmierung und Betreuung des BIM-Connectors verantwortlich. Können Sie uns kurz erklären, was der BIM-Connector überhaupt ist? Für uns ist der BIM-Connector zum einen die Verbindung zwischen CAD und Statik, zum anderen aber auch der Zugang zur Freelo-Welt. Aus einem physischen Modell, also aus einem Architekturmodell, kann ein Strukturanalyse-Modell, also ein Berechnungsmodell abgeleitet werden. Und dieses Modell kann dann auch an unsere Freelo-Programme weitergegeben werden. Es können dabei jetzt beliebige IFC-Dateien oder SAF-Dateien importiert werden. Dabei ist es vollkommen egal, aus welcher CAD-Software die Dateien stammen. Das heißt, wenn ich den BIM-Connector von Freelo anwende, entfällt die aufwändige Neueingabe in unseren CAD-Programmen oder im Freelo-Geo-Modell und ich kann die Datei vom Architekt direkt verwenden? Genau, also man kann gleich das Modell vom Architekten verwenden und der BIM-Connector ist eigentlich nur dafür da, das Modell für unser Gebäudemodell entsprechend aufzubereiten und berechenbar zu machen. Also aus diesem Volumenmodell des Architekten wird ein Strukturanalyse-Modell abgeleitet und das wird dann an das Gebäudemodell übergeben. Wie sieht bei der Vorgehensweise der ideale Workflow aus? Wie würden Sie den beschreiben? Ja, im Idealfall erhalten Sie eine IFC-Datei von Ihrem Projektpartner, also zum Beispiel von Ihrem Architekten. Und diese Datei sollte natürlich schon auch eine gewisse Qualität aufweisen. Die Datei können Sie dann in den BIM-Connector importieren. Sie können das Berechnungsmodell, von dem ich schon gesprochen habe, ableiten. Und ja, es wird dann für die Freelo-Programme eben entsprechend vorbereitet. Danach kann das Modell dann an das Geo exportiert werden und im Geo werden dann noch weitere Lasten aufgetragen. Und von hier können dann eben die Einzelbauteile weitergegeben werden an unsere Einzelprogramme und die können dann auch noch bemessen werden. Und der große Vorteil dabei ist eben, Sie sparen deutlich an Zeit, weil Sie eben dieses 3D-Modell des Architekten über eine IFC-Datei verwenden können. Und Sie müssen jetzt nicht eben das Modell manuell eingeben, vielleicht auf Grundlage von DXF-Folien, sondern Sie können das eben direkt übernehmen und auf der Grundlage dann weiterarbeiten. Mich als Tragwerksplaner beschäftigt nun aber noch eine Frage. Nachdem ich das Modell eingelesen habe und überarbeitete, kann ich nun auch die überarbeitete Version des Modells wieder zurück über den BIM-Connector ans CAD-Modell übergeben? Derzeit geht es noch nicht. Wir sind hier aber schon mit Kunden im Austausch, um herauszufinden, wie wir die Daten am besten zurück an das CAD-Modell geben können. Das ist nämlich gar nicht so einfach umzusetzen. Wir haben nämlich zum einen dieses physische Modell und dann eben daneben dieses stark vereinfachte Berechnungsmodell. Jetzt eine Verschiebung von einer Stütze ist natürlich eine sehr wichtige Information, die auch weitergegeben werden sollte. Aber fehlende Öffnungen oder auch Konsolen, die für meine statische Berechnung eigentlich irrelevant sind, die sollten natürlich später im CAD-Programm trotzdem enthalten sein. Im ersten Schritt werden wir deshalb jetzt erstmal das Berechnungsmodell, das wir haben, als SAF-Datei ausgeben. Das Modell kann dann zum Beispiel an ARICAD übergeben werden. Und im zweiten Schritt möchten wir aber natürlich dann auch EFC-Dateien exportieren können, damit das Modell des Statikers eben auch an andere CAD-Programme übergeben werden kann. Das ist spannend. Das heißt, es geht hier auf jeden Fall weiter. Und Frilo ist noch auf der Suche nach Kundeninformationen, damit Sie dieses Thema endgültig bewerten können und eine Marschroute festlegen können. Vielleicht können wir hier über unseren Kanal Wissensaustausch Bauplanung noch einige Kundeninformationen beschaffen, die Ihnen hier weiterhelfen. Nun beschäftige ich mich ja schon einige Zeit mit dem BIM-Connector. Und immer wieder höre ich, wenn ich mich mit meinen Kollegen der Tragwerksplanung unterhalte, es ist ja recht und gut, aber die von Frilo zeigen das immer an einfachen Modellen. Jetzt habe ich im Moment ein eigenes Modell aus unserem Portfolio bei einem Projekt, welches wir gerade bearbeiten. Die Geometrie ist hier nicht einfach. Wäre es möglich, dass wir uns dies zusammen in einem kleinen Video anschauen, analysieren und präsentieren? Sehr gerne. Hier sieht man jetzt auch schon das Modell, welches ich im Vorfeld erhalten habe. Ich habe das bereits in den BIM-Connector importiert. Und ja, es handelt sich um ein Modell, welches mit Alplan modelliert wurde und von einem Projektpartner, von einem Architekten in dem Fall. Im ersten Schritt schaue ich mir hier auf der linken Seite immer die Modellstruktur an. Wenn ich mir jetzt einfach mal das Erdgeschoss anzeigen lasse, dann sehe ich, hier wurde praktisch die Ansicht von oben nach unten modelliert. Das heißt, ich habe meine Geschossdecke oder meinen Boden und die aufgehenden Wände. Für den BIM-Connector und die weiteren Funktionen ist es jetzt wichtig, dass man die Modellstruktur nochmal neu gliedert. Dafür verwende ich hier oben die Funktion Geschosszuordnung. Und man sieht jetzt hier auf der linken Seite, dass es eben neu überarbeitet wurde. Und wenn ich mir jetzt ein einzelnes Stockwerk anzeigen lasse, dann sehe ich, dass jetzt die Ansicht von unten nach oben generiert wurde. Das heißt, ich habe meine Geschossdecke und die tragenden Wände, die sozusagen dann auch darunter stehen. Wenn ich mir jetzt das dritte und das vierte Geschoss anzeigen lasse, dann sehe ich, okay, das hat hier jetzt nicht ganz optimal funktioniert. Das liegt daran, weil die Geschossdecken auf unterschiedlichen Höhen liegen. Das ist jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Ich kann nämlich auch hier wieder die Bauteile auswählen und die dann eben nachträglich einem anderen Geschoss zuordnen, zum Beispiel dem Geschoss 3. Und auf der linken Seite wird dann auch automatisch das vierte Stockwerk entfernt, weil in dem jetzt natürlich keine Bauteile mehr vorhanden sind. Wenn meine Modellstruktur soweit passt, dann kann ich mir nun Gedanken über den Lastabtrag machen. Im ersten Schritt verwende ich da immer ganz gerne die Funktion Lastabtrag über Material. Man sieht nämlich jetzt hier, ich habe jetzt Wände, bei denen wurde der komplette Wandaufbau mit übergeben, also auch die Putzschicht und die Dämmung. Und ich kann mir jetzt hier über die Funktion Lastabtrag über Material automatisch die Tragfähigkeit zuweisen lassen. Für eine Putzschicht beispielsweise wird hier jetzt automatisch der Haken auf Nichttragen gesetzt. Neben Begrifflichkeiten werden hier dann auch noch die Bauteilstärken überprüft. Natürlich kann ich aber auch immer noch manuell eingreifen und zum Beispiel wie hier für ein Wärmedämmverbundsystem auch den Haken noch auf Nichttragen setzen. Wenn ich das Fenster jetzt mit OK bestätige, dann werden die nicht tragenden Bauteile transparent dargestellt und ich kann die hier auf der linken Seite auch noch komplett ausblenden. Natürlich kann ich jetzt auch hier wieder manuell eingreifen, also ich kann auch wieder weitere Bauteile praktisch auf Nichttragen setzen. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier einfach die ATK für die erste Berechnung erstmal nicht mit übergeben. Das heißt, auch hier wähle ich dann die Bauteile entsprechend aus und setze sie auf Nichttragend. Oder auch hier unten wurde noch so ein schmaler Plattenstreifen modelliert, so eine Art Brüstung und auch die kann ich dann auf Nichttragend setzen. Auch die Aufzugsunterfahrt möchte ich jetzt im ersten Schritt nicht übergeben. Somit wähle ich auch diese aus und setze sie auf Nichttragend. Wenn ich mir jetzt das Modell hier nochmal einmal anzeigen lasse, dann fällt mir auf, dass ich hier hinten eine Wand zu viel entfernt habe. Auch hier kann ich dann natürlich im Umkehrschluss auch mir wieder die nicht tragenden Bauteile anzeigen lassen, diese Wand auswählen und dann hier oben auf Tragen setzen. Dann erscheint die auch wieder im Modell. Im nächsten Schritt würde ich mir dann jetzt über die Materialien Gedanken machen. Die Farben von den Bauteilen geben mir nämlich eine Kenntnis darüber, um welche Materialart es sich handelt. Bei den grauen Materialien handelt es sich um Starrbetonmaterialien und hier gerade bei diesem roten Bauteil, hier wurde eben noch keine Materialgüte zugewiesen und auch noch keine Materialart. Das heißt, auch hier kann ich jetzt eben einfach wieder alle Bauteile auf einmal auswählen und diesen Bauteilen das Material zum Beispiel Starrbeton zuweisen. Wenn ich nun mit der Maus über die Bauteile fahre, dann sehe ich jetzt auch im Tooltip, dass hier gleich schon eine Materialgüte dabei steht und die wird dann eben nachher auch an das Geo übergeben. Im physischen Modell ist es jetzt wichtig, dass ich mir eben über den Lastabtrag Gedanken mache, dass ich fehlende Materialien zuweise, wenn die eben noch nicht aus der IFC-Datei herausgelesen wurden oder einfach auch im CAD-Programm noch nicht hinterlegt wurden. Und ich muss natürlich mir die Modellstruktur anschauen. Wenn ich das alles eingestellt habe, dann kann ich hier oben einen Reiter weitergehen und das Berechnungsmodell ableiten. Hier werden die Bauteile nun auf ihre Flächen und auf ihre Stäbe reduziert, also immer auf die Mittelflächen und Mittelachsen. Und im ersten Schritt muss ich mir jetzt die Verbindungen zwischen den Bauteilen anschauen. Man sieht hier die Wände und die Geschossdecken, die überlappen sich und um hier eben eine saubere Verbindung herzustellen, kann ich die Funktion Verbinden automatisch verwenden. Wenn ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit dem Programm habe, wie das bei mir jetzt der Fall ist, dann weiß ich, dass hier dieser Überstand sehr groß ist. Und aus diesem Grund kann ich hier oben den Verbindungsfaktor ein bisschen erhöhen. Ich entscheide mich jetzt hier für einen Wert von 4 und dann werden eben diese Überstände abgeschnitten und die Bauteile werden perfekt miteinander verbunden. Natürlich kommt jeder Automatismus an seine Grenzen und es kann natürlich sein, dass hier auch Verbindungen nicht optimal hergestellt werden, wie zum Beispiel bei dieser Wand mit der Geschossdecke. Aber auch das ist kein Problem. Ich kann eben die beiden Bauteile auswählen und über die Verbinden-Manuell-Funktion auch hier noch eine Verbindung sowohl zwischen den Wänden herstellen, als auch zwischen der Geschossdecke und der Wand. Auch hier drüben habe ich noch eine Wand, die einfach über das Modell ein bisschen drüber steht. Auch hier kann ich noch manuell nacharbeiten. Alternativ hätte ich auch den Faktor noch ein bisschen erhöhen können, aber natürlich kann es dann auch sein, dass ich Bauteile miteinander verbinde, die ich vielleicht gar nicht verbinden möchte. Deswegen, das muss man so ein bisschen ausprobieren und auch einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn ich jetzt an den Export zum Gebäudemodell denke, dann muss man wissen, dass im Geo pro Geschoss immer nur eine Geschossdecke modelliert werden kann. Hier oben bei meiner obersten Geschossdecke habe ich jetzt eine Decke, die aus verschiedenen Platten entsteht. Die Platten dann haben auch noch unterschiedliche Bauteilstärken. Vor dem Export muss ich auch hier die Platten zuerst miteinander verbinden. Auch das geht über die Verbinden-Manuell-Funktion. Auch hier kann ich eben zwei Platten immer auswählen und dann eben die Platten miteinander verbinden. Das muss ich jetzt für alle Platten machen und hier dann eben eine gesamte Geschossdecke dadurch generieren. Ziehe ich ein Stockwerk weiter nach unten. Auch hier habe ich Geschossdecken, die noch unverbunden sind. Auch hier kann ich über die Verbinden-Manuell-Funktion eine Verbindung herstellen. Ich muss immer zwei Platten auswählen und dann wird die erste Platte zur zweiten verbunden. Und zum Schluss noch die Bodenplatte. Auch die besteht aus zwei Elementen. Auch die kann ich nun miteinander verbinden. So, wenn das soweit passt, dann kann ich einen Schritt weiter gehen. An der Stelle vielleicht noch den Hinweis. Hier sieht man, dass die Wände nicht optimal mit der Bodenplatte verbunden wurden. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil die Wände generell immer geschosshoch übergeben werden. Von dem her muss ich jetzt hier nicht unbedingt eine Verbindung herstellen. Das kann ich natürlich machen. Das heißt, auch da würde ich dann eben zwei Bauteile wieder auswählen. Aber wie gesagt, das ist nicht so wichtig in dem Fall. Das heißt, ich kann jetzt hier oben einen Schritt weiter gehen. Und die nächste Funktion, die eben auch noch sehr wichtig ist, ist die Wände zerlegen-Funktion. Damit Wandöffnungen bei der Berechnung berücksichtigt werden, kann ich eine Wand nun in Streifen zerlegen. Über die Funktion Wände zerlegen in Streifen. Oder ich kann eine Wand in Einzelbauteile zerlegen. Wenn ich die Funktion in Einzelbauteile aufrufe, dann wird automatisch über einer Wandöffnung, also wenn hier noch ein bisschen Fleisch praktisch vorhanden ist, dann kann ich hier automatisch einen Träger rein modellieren lassen. Hier in diesem Beispiel möchte ich jetzt aber die Wände einfach in Streifen zerlegen. Das heißt, die Wandöffnung wird dann immer bis zur Geschossdecke vergrößert und in dem Bereich wird dann nachher keine Auflage übergeben. Wenn das Modell soweit angepasst wurde, kann ich alle Bauteile auswählen und hier oben dann auf Export klicken. Jetzt öffnet sich dann automatisch das Gebäudemodell und im ersten Schritt lasse ich mir hier immer die 3D-Grafik anzeigen. Über die 3D-Grafik kann ich eben optisch nochmal ganz gut überprüfen, ob alle Bauteile übergeben wurden. Beispielsweise sehe ich auch hier, dass jetzt eben die Wand in Streifen zerlegt wurde und somit eben auch die Öffnung mit übergeben wurde. Das sieht jetzt hier ganz gut aus. Im nächsten Schritt, bevor ich jetzt die Berechnung durchführe, muss ich meine Bodenplatte noch betten. Dafür gehe ich in den Bereich der Plattenkonturen, kann hier die Eigenschaften aufrufen und hier unten kann ich dann ein Bettungsmodul eingeben, um eben meine Bodenplatte auch noch zu lagern. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch noch mein FE-Netz ein bisschen vergrößern, damit die Berechnung jetzt eben gleich schneller durchläuft. Für den vertikalen Lastabtrag ist das FE-Netz nicht ganz so wichtig. Wenn ich nachher aber die Platte natürlich anders als Plattenprogramm weitergebe für die Bauteilbemessung, dann muss ich hier natürlich dran denken, das FE-Netz auch wieder zu verringern. Und dann kann ich jetzt auch schon die Berechnung starten. Das dauert dann ganz kurz. Und man sieht, das FE-Netz konnte erzeugt werden und auch der Lastabtrag konnte durchgeführt werden. Somit kann ich jetzt, wenn ich mit dem Programm schon vertraut bin, einfach weiter fortführen. Ich kann die Lasten auftragen und kann dann eben in unsere Einzelprogramme weitergehen und die Bauteilbemessung von den einzelnen Bauteilen vornehmen. Ja, man sieht jetzt hier an dieser Stelle, wie schnell das alles funktioniert. Ich konnte jetzt das Modell in den BIM-Connector importieren, Hand umdrehen, bearbeiten und jetzt eben an das Geo übergeben. Und früher hätte ich hier bestimmt einen halben Tag oder so gebraucht. Und jetzt habe ich das Modell innerhalb von 10 bis 15 Minuten eingegeben. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel Zeit man mit dem Programm sparen kann und wie schnell und sauber die Modelle übergeben werden. Super, das ging ja jetzt richtig schnell. Zugegeben, wir haben es auf die konventionelle Weise einmal eingegeben, um zu testen, wie groß die Zeitersparnis ist. Bei der konventionellen Eingabe benötigt man circa einen Tag. Also man sieht, man hat hier eine deutliche Zeitersparnis. Wenn ich nun bei der Eingabe bin und habe noch Fragen, gibt es hier eine Möglichkeit, im Programm eine Beschreibung abzurufen oder eine Anleitung? Hier oben kann jetzt noch einen Schritt weitergegangen werden und es kann der Hilfereiter aufgerufen werden. Hier stehen dem Nutzer ganz viele wichtige Informationen zur Verfügung. Beispielsweise kann hier das Handbuch aufgerufen werden oder auch verschiedene Video-Tutorials. Es gibt aber auch verschiedene Workflow-Papers, die wir mit zum Beispiel Alplan entwickelt haben, mit Vectorworks, Arikat oder Stracon. Die Papers dürfen auch immer gerne an die Architekten weitergegeben werden, weil hier wird eben im Detail beschrieben, wie das Modell aufgebaut werden sollte und wie dann auch die EFC-Datei generiert werden sollte. Im Idealfall wird nämlich nur das Rohbau-Modell übergeben. Ja, das Modell sollte auch immer gut strukturiert sein. Das heißt, es sollte stockwerksweise aufgebaut werden. Es ist wichtig, dass die zutreffenden Bauteiltypen verwendet werden. Das heißt, eine Wand muss eben wissen, dass sie eine Wand ist und dafür muss die EFC-Klassifizierung IFC-Wall zugewiesen werden. Bei einer Stütze ist das die Klassifizierung IFC-Column und so weiter. Nur wenn die EFC-Klassifizierungen hinterlegt wurden, nur dann funktioniert eben auch die Ableitung zu den Berechnungselementen. Also nur dann kann das Programm entscheiden, ob es eben ein flächiges Bauteil ist oder ein stabförmiges Bauteil. Ja, und im Idealfall wird dann eben auch noch das Material zugewiesen. Dann muss das eben nicht im BIM-Connector noch ergänzt werden. Klasse! Dann können wir uns daran entlanghangeln und auch nochmal nachschlagen, wo es welchen Befehl zu finden gibt. Darüber hinaus können wir unseren Planungspartnern das richtige Dokument an die Hand geben, damit noch reibungsfreierer Planungsablauf generiert werden kann. Ja, Frau Schäfer, nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wir von Wissensaustausch Bauplanung möchten uns für den tollen und kompetenten Vortrag bei Ihnen recht herzlich bedanken. Gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite und dass wir dabei sein durften. Wir sind uns auch sicher, dass bei der Arbeitsweise mit Building Information Modeling der BIM-Connector in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Daher ist für jeden empfehlenswert, den BIM-Connector einmal zu testen. Und falls dann noch Fragen bei der Bearbeitung auftauchen, dürfen wir uns doch sicherlich an Sie wenden. Ja, gerne. Vielen Dank für die Teilnahme und dann wünsche ich Ihnen zum Abschluss noch ein schönes Wochenende. Dankeschön, gleichfalls. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.